hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge software ink ja gleich erst mal vorweg ich hatte ich hatte in der tat das problem hat er gestern sie bestimmt irgendwie mitbekommen dass ich da die werbung reingeblendet bekommen hatte jetzt haltet euch fest über den games room von facebook habe ich mir tatsächlich einen fiesen fetten trojaner runtergezogen der mir vorgegaukelt hat dass das problem von einem programm gekommen ist dass ich über chip runtergeladen habe ich meine chip ist eine groß bekannte deutsche seite jetzt vielleicht nicht unbedingt besten dienst machen aber die verbreiten keine schweiz also die verbreiten verbreiten kein müll würden sie sich mit strafbar machen also facebook ist dran schuld pc aufgesetzt fertig gucken wir mal ob das jetzt so helfwegs läuft so ich hatte diese folge nämlich eigentlich schon aufgenommen aber wir machen jetzt mal folgendes präventiv maßnahmen ergreifen wir und zwar machen wir folgendes wir werden jetzt nämlich wie folgendes machen diese ganzen leute hier ziehen auf diese seite um jetzt muss ich erst mal gucken zack 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 ich nehme den ziehen da hin und dann kriegen wir das auch hin ja und in der tat ich gehe davon aus das problem was wir in der letzten folge hatten lag wirklich daran dass wir bzw nein dass ich vergessen hatte die mod zu aktivieren und zwar die uns das ermöglicht dass wir im jahre 1970 gestartet sind so hier kommen entwickeln rausschmeißen müssen wir das ganze und das war eigentlich der haupt das hauptproblem endlich mal so wunderbar hier und zwar war da war und weg mit dir so gut finanziell sollten wir das denke ich mal hinbekommen wir warten natürlich immer noch drauf dass wir hier ein hosting angebot bekommen so hier support rein raus könnt ihr dort nämlich arbeiten und für euch suchen wir hier dann ein neues auf gäbchen mach mal ein eingebettetes system ich weiß entbettete system ist mir aber wurscht so und dann haben wir hier nämlich auch noch dann die möglichkeit dass wir hier dann auch noch eine reihe hin machen hier eine reihe hin machen und fertig ist die geschichte so so zack kann man das ganze mal ein bisschen schneller laufen lassen sollte inhauen so wir müssen uns jetzt auch erstmal ein bisschen gesund stoßen das ist jetzt unsere hauptaufgabe deswegen will ich auch hier so ein bisschen den grafik editor weiter mit vorantreiben so fertig wunderbar und raus naja leider nichts dabei neue aufgabe das ist noch zu viel das ist zu viel dann nehmen wir jetzt erstmal eine logistik anwendung schmeißen schmeißen hier den support mit rein so hat sich krank gemeldet ja das ist kommt halt auch mal vor ne so ja aber es sieht an sich relativ so wer was 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 hast du denn pause äh äh stress und sozial gut gegen sozial kann ich jetzt so spontan nichts machen weil dein Kollege krank ist aber wir können hier ein paar Blumen hinstellen und wir können hier auch noch einen Tisch hinstellen wo du äpfel drauf stehen hast und dann stellen wir dir hier noch einen hin und da kriegst du kaffee so wie sieht das jetzt bei dir aus wie sieht das jetzt bei dir aus nimmst du jetzt erstmal einen kaffee das ist schon mal schön so geht aber weiter runter da jetzt einfach mal für heute feierabend achso du bist alleine okay ja gut ist völlig in ordnung völlig okay so warte mal bau also hier team support äh wer ist denn von euch älter du hier Lucy äh Lucy macht folgendes noch mit Teamleitung so und hier oh nee so dann könnt ihr nämlich da auch dann unter euch so ein bisschen quatschen so hier raus damit ja ich habe mich jetzt noch ein bisschen weiter mit diesem spiel hier beschäftigt ich finde das an sich es zieht es zieht gut muss ich ganz ehrlich sagen wo haben wir ihn eigentlich da ok so neuer aufgabe gestikern ja komm machen wir das so was haben wir jetzt hier ja das ist alles keine hosting hosting wäre schon echt eine schöne geschichte weil nicht so geht nebenbei abgreifen so hier kommt entwickeln damit das morgen raus kann dann müssen wir mal gucken wir sind auf knappe 96 zurückgefallen ne letzten monat so jetzt hier gleich was neues hier ist zack immer noch nichts dabei kein hosting schade 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 aber es nützt nichts wie sieht das hier überhaupt aus einstellungen audio einstellungen audio ok ok basket simulator basket simulator so ich bin mal gespannt sowas wird zu 50 ja komm her 50 ganz arm warum wollen wir dann meckern wir müssen mehr geld machen es nützt gar nichts also machen wir mal hier erstmal so erstmal so machen es kommt man nicht dran vorbei so hier kommt fertig raus spielvorlage 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 sitzt auch wieder rum nichts kommt die sind auch schon immer wie die ganze arm dann mal hier auch wieder nix ja aber leute das geht relativ schnell kriegen wir hin schon wieder ich habe nichts zu tun vielleicht hier wenn wir das fertig haben dass wir dann das team irgendwie mal auseinander rufen was müssen wir uns überlegen so keine fehler wunderbar haben ein bisschen geld gemacht dann schmeißen wir gleich das nächste hinterher ihr macht da mal mit dann mal hier immer noch nix schade dass wir hier nichts machen können sonst hätte ich nämlich gesagt wir sitzen zwei teams in einem raum ist auch blöd die rausschmeißen hier angliedern also quasi die zwei die machen ja momentan die kann man ja eigentlich erst mal erst mal machen wir so weiter erst mal ah moment genau hier zack zack so damit hier nicht alle auf dem schlag weg sind das wird uns nämlich das genick brechen so und jetzt würde ich mich gerne nochmal und zwar was haben wir denn hier überhaupt noch für möglichkeit schade ok hier habe ich nicht alle mods mit drauf gemacht egal 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 kriegen wir auch so hin meine freunde wird auch so laufen so und tschüssikowski dann hier den hinterher tschüssikowski und so haben wir jetzt hier was nein haben wir nicht schade aber würde ich auch ungern rausschmeißen nur die oma ganz ehrlich sagen gucken ob wir es jetzt noch hinkriegen entwicklung 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 nein die entwickeln für euch nicht machen wir nicht Aber was wir jetzt machen, hier kommen wir nochmal folgendes, kopieren, und dann gehst du hier hin. Zack, 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 zack. So, dann suchen wir uns nämlich noch hier einen Programmierer für das Core-Team. Josef Edwards. Ja, komm, du darfst hier in das Team mit rein. So, einer mehr schadet sich ja nicht. Bedeutet zwar auch, dass wir mehr Geld, also mehr ausgeben müssen, aber das juckt mich jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. So, und dann hier gleich, das hinterher, zack. So, haben wir jetzt hier was dabei? Nein, immer noch nicht. City's Tycoon, jawoll. Die kommen aber auch Titel beisammen, das ist echt manchmal ein Träumchen. Oh, da hieß ich. Ja, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Ich muss hier nochmal ein Host-Auftrag bei sein. Ja, ich glaube den Gefängnis tun sie mir nicht. Fertig. Gut, tschüss. So. Gleich hinterher. Da müssen wir mal gucken. Für hunderttausend umziehen wird knapp. Ne, ne, das funktioniert sogar nicht. Wo ist denn eigentlich ist der in Urlaub? Wahrscheinlich. Zwei können wir noch ins Team packen. Okay. Ne, da müssen wir erstmal weitermachen, ne? Und dann mal irgendwie gucken, dass er nicht irgendwie... Ja, oder wir lösen das Team erstmal auf. Ja, pass auf, warte mal. Das machen wir jetzt. Ich mach mal genau so. Du entlassen und du entlassen. Hier. Hallo. So. Habe ich dich jetzt noch? Nein. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt ein fertiges, ein volles Büro. Aber auch weniger aus. Okay. Ja, passt. Das ist in Ordnung. Und. Tschüss. Wunderbar. Ich glaube, so kommen wir dann doch ein bisschen besser voran. So. Sehr schön. Trotzdem noch 20. Puh. Oder die Waldfeeh, oder die Waldfeeh. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Aber das werden wir dann in der nächsten, in der nächsten Folge sehen. Ich sage mal bis dahin. Habt ihr schöne Zeit. Und Tschüss.